So, wie viel Wolle haben wir? Eins. Mit einer Wolle kommen wir halt nicht bald. Die Schweine gucken mich alle erwartungsvoll an. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Schäfchen, Schäfchen, Schäfchen. Ah ja, da. Nein! Hallo Minecraft, guten Morgen. Wir haben jetzt noch Freitag und ich habe mir gedacht, ich kann euch jetzt einfach fast eine ganze Woche ohne Videos hier zurücklassen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme noch schnell was auf. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal hier ein bisschen am Projekt weiter. Ähm, hat sich ja leider noch nichts ergeben, dass jemand mitspielen kann. Aber das ändert sich vielleicht noch. Hoffe ich zumindest. So, irgendwo muss ich ja auch noch eine Treppe hochbauen. Ne, ich glaube, die baue ich hier direkt im Anschluss. Ähm, genau. Hat sich leider noch nichts ergeben. Aber das ist gar nicht so wild. Also ich hoffe, dass sich da noch was tut. Ähm, ihr seht, ich habe hier einen Shader drauf. Also, das hat schon mal geklappt. Das war mir sehr wichtig. Das wollte ich unbedingt mal wieder haben. Ist schon ewig her, dass ich einen Shader auch in Minecraft drin hatte. Und darum bin ich jetzt umso glücklicher, dass es geklappt hat. Ähm. So, ich habe hier schon einiges an Ressourcen gesammelt. Also ihr seht hier Gold, ihr seht hier, ähm, Iron Ore. Ja, und sonst habe ich da unten eine Baumform angelegt. Die ist hier in dem Bereich. Da wächst aber gerade nichts mehr. So. Ich will gerade hier mal die Mauer fertig bauen. So. Ähm. So. Haben wir hier noch Diorik drin? Drei. Ja. Es ist halt ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das brauchen wir eigentlich nicht. Aber besser wie nichts. Also das muss man schon dazu sagen. So. Mal die Treppe ins Obergeschoss anbauen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, ähm, bezüglich neuen Mods. Ich glaube, ich fange mit Mods an. Die mir zum einen das Leben ein bisschen erleichtern. Ähm, Inventory Tweaks wäre sowas. Das heißt, dass ich mir hier die Inventare einfach, äh, sortieren lassen kann. Außerdem, glaube ich, mache ich mal was, was, ähm, nicht maschinelles, sondern ich werde wohl mit verzauberungstechnisch anfangen. Also das heißt, ähm, wahrscheinlich mit, Moment, ich muss gerade gucken, ob ich die Mauer hier dann platzieren kann oder nicht. Da wird's schwer. Dann muss ich da drüben wohl das Fenster umlegen. So, dann kann ich da den Raum nämlich teilen. Ähm, mit Towncraft. Oder sowas. Das wäre, glaube ich, mal ganz interessant. Das habe ich mir gedacht, dass ich das, äh, nutzen möchte, um hier einfach mal dann, ähm, ja, voranzukommen. Also Towncraft ist eben, ich meine, habe ich schon mal gespielt, ähm, muss natürlich auch wieder gucken, wie das geht. Aber, das ist eigentlich ein recht cooler Mod. Deshalb dachte ich mir, damit kannst du hier auf dem Server auch was anfangen. Ein bisschen automatisieren mit, ähm, Golems oder so. Äh, das wird eigentlich ganz cool. Ich muss jetzt noch ein bisschen Dioritf haben hier, für meinen Boden. Ich hoffe mal, dass alles gut geht, ähm, und die Folge auch rechtzeitig kommt. Weil ich muss in zwei Stunden los. Ungefähr. Und, äh, habe mich eben gerade ganz spontan dazu entschlossen, jetzt einfach doch nochmal eine Runde zu zocken und, äh, eine Folge aufzunehmen. Eigentlich war ich schon im... Ich bin dann mal wegfieber. So, Diorit kriegt man ja recht flott hier. So, und, äh, so, und, äh, ähm, eine Fackel sollte man vielleicht mal platzieren. Nicht, dass wir hier wieder unerwarteten Besuch kriegen. So. So. Die da noch. Okay, ich denke mal 64 müsste jetzt erstmal reichen für den Boden. Oh, es wird schon neblig draußen. Ja, hier ist halt alles noch ein bisschen einfacher. Ist ja im Moment wirklich nur reines Vanilla-Minecraft hier. Ohne irgendwas, außer mit Jailer, klar. Aber sonst, nix drauf hier. Ja, da haben wir noch 38. Uh, das wird knapp, das wird knapp. Dann haben wir noch mal 12 weg. 16 weg. 7 haben wir noch. Das reicht genau. Oh, als hätte ich es ausgemessen. Ha, ist sehr brutal. Okay, zwei brauchen wir trotzdem noch. Aber, aber, war gut, war gut, war gut. Guck mal, ob wir hier noch welche finden. Da ist nämlich der Tunnel zur Baumfarm. Ah, das könnte sein, dass die Chunks nicht geladen werden hier. Hier habe ich nämlich einige Saplings-Hitzen. Aber die wollen zur Zeit nicht. Sorry. Boah. Heute Morgen ist es ganz schön frisch, ey. Ich habe aufs Thermometer geguckt am Handy. Das sagt 7 Grad oder 8 Grad. Boah. Ist ja fast schon richtig Winter. Habe auch, zwei brauche ich noch. Die klauen wir einfach jetzt mal hier. Habe auch, ähm, schon geschaut. Hä, warum habe ich jetzt drei? Hm. Dachte, ich hätte nur zwei abgebaut. Habe auch schon geschaut. Ich könnte theoretisch schon Skifahren gehen. Ich war etwas überrascht, wie früh, ähm, der... Ach, wie heißt er? Pitzlade Gletscher, seine Saison eröffnet. Also, ich dachte mir, okay, die machen das schon früh. Aber, dass es so früh dran sind, also... Wir haben am 19. September, haben die Saisonstart gehabt. Was ist denn hier jetzt los? Warum, warum, warum ist da... Warum ist da kein Fenster mehr? Alter, da ist so ein Fenster rein. Ist ja wurscht. Haben wir hier auch ein bisschen ausgeleuchtet. Oh, da unten sehen wir eine Spinne flackern. Es ist recht cool gemacht hier mit dem Shader. Das gefällt mir immer mehr. Ähm, 32, gut, können wir mal... Können wir mal alle reinhauen. Ähm, ich wollte mir nämlich eine Rüstung machen und dann gleich noch losgehen, um endlich mal, ähm, Dings zu besorgen. Ja, kennst du Dings? Ich auch nicht. Ähm, Wolle, Wolle wollte ich besorgen. Dann machen wir uns mal einen Harnisch. Äh, eine Leggings. Und das war's dann erstmal. Mehr Eisen haben wir nicht. Eine Schuhe können wir uns jetzt mal machen. Sonst brauchen wir noch 5 für den Helm. Mal verteilen wir mal kurz. Immer 8 Stück, damit auch ja, äh, nicht zu viel Kohle verschwendet wird. So, und da müsste auch noch eins fertig werden. Sehr schön. 5 Eisen für einen Eisenhelm. So. Eisenhelm haben wir. Also wir haben eine Full Iron Rüstung. Jetzt. Das ist schon mal gut. Irgendwo ist ein Monster. Wo ist das Monster? Das Suchbild. Hier ist das auch nicht. Und hier? Hier ist es auch nicht. Hä? Es stresst mich hier an und dann ist es nicht da. Können wir doch mal gucken, wo das Monster rumzieckt. Hier ist keins. Ist ja komisch. Ähm. Ähm. Ba-ba-ba-ba-bam-bam-bam. Ba-ba-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Naja, hier hatte ich ja schon mal angefangen. Und da hinten war, glaube ich, Höhle. Na, da kommen wir aber nicht zu unserem eigentlichen Ziel heute. Unser eigentliches Ziel heute, Leute, ist nämlich eigentlich... Kann man, kann man die Lage checken hier? Okay. Genug gecheckt. Unser eigentliches Ziel ist heute, dass wir endlich ein Bett kriegen. Da kam mir jetzt natürlich die Nacht ein bisschen dazwischen. Aber so ist das halt. Habe ich da irgendwas in den Ofen gelegt gehabt? Nein. Und dann gehen wir mal gucken, wie weit das Eisen ist. Schnell die Treppen hoch. Also ich habe hier extra Treppen eingebaut, damit ich nicht immer springen muss. Springen ist so nervig, finde ich. So, das Eisen ist fertig. Ja, der kommt in die Kiste. So, ich würde sagen, ich nehme mir noch was zu essen mit. Das wäre ganz sinnvoll. Guck, chicken. Das kommt auf 2, 3, 4. Und dann gehen wir einfach mal los. Wir werden ja schon ein paar Schafe finden. So ist das nicht. Hoffe ich doch. Und die Monster... Ach, werden wir schon irgendwie... werden wir schon irgendwie hinkriegen. So. Was haben wir hier denn? Wow. Ich will nur noch bloß ein paar Schafe. Es ist halt auch nicht die beste Sicht hier gerade. Da ist ein Creeper. Da kommen die Monster. Dann gehen wir mal in die Richtung. Da sind auch Monster. Ich sehe kaum was hier. Da ist ein Skeleton. Das hauen wir mal. Ah, ich suche... Ich suche bloß ein paar doofe Schafe. Also Kühe finde ich hier massenhaft. Aber Schafe... Irgendwie nicht. Ich glaube, beim Stadt waren einige. Ich glaube, der Stadt war in der Richtung. Ist das ein Schaf? Ne, das ist ein Creeper. Schafe, wo seid ihr? Ich höre nur... Ich brauche ein Mäh. Da sind welche. Ja, ich habe welche gefunden. Ne, das sind Schweine. Schweine sind aber auch gut. Was wirst denn du hier? Hau ab. Ja, ja, klar. Hast du gleich deinen Kumpel geholt, gell? Allein traust du dich wohl nicht. Stirb. So, ich nehme mal hier ein paar Schweine-Steaks mit. Da ist ein Schach. Da sind Schafe. So. Okay. Die Dämmerung bricht, glaube ich, an. Ich hoffe mal, dass es Dämmerung ist. Ei. Ich stirb. So. Jetzt gehen wir Schafe holen. Endlich. Oh. Spinne, hey. So, Schafe. Ich brauche Schafe. Schnell, schnell. Ich glaube, ich habe sogar schon genug String. Ne, habe ich nicht. So, wie viel Wolle haben wir? Eins. Mit einer Wolle kommen wir halt nicht weit. Mal, die Schweine gucken mich alle erwartungsvoll an. Ähm. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Schäfchen, Schäfchen, Schäfchen. Ah ja, da. Nein. Oh. Fuck. Ey. Nein. Alter Falter. Bin ich blöd. Gibt's das denn? Alles wegen dem Ei. Gott. Aber ich habe das Ei gekriegt. Ich sammle jetzt hier das andere Zeug nicht ein, das Eisen. Das interessiert mich nicht. Deshalb bin ich nicht hier. Ich will jetzt ganz flott eingespittert nach Hause. Bin ja nur hier, damit ich mir die Wolle holen kann. Und da war irgendwo ein Schaf. Ah, da ist auch ein Schaf. Nehmen wir auch eine braune Wolle. Ist auch eine Wolle. Aber da war noch ein Schaf. Wo war das? Jetzt ist es weggelaufen. War ja klar. Erst mich hier in den Tod stürzen und dann wegrennen. Aber so funktioniert das bei mir nicht. So, wir haben ein Schaf, wir haben ein Essen. Müssen wir nur noch zurückfinden. Ich glaube, wir nehmen noch ein paar Steine mit. Halt, bleib stehen. Hallo. Kühe könnte man auch mal ein paar töten. Weil, wenn wir TomCraft machen, brauchen wir auf jeden Fall auch Leder. So, ich müsste jetzt eigentlich schon in der Nähe von meinem Haus sein. Bin ich der Meinung. Ah, die Viecher sind so schnell. Das gibt es gar nicht. Traut man den fetten Kühen eigentlich gar nicht zu. Das war jetzt keine Beleidigung. Das war eine Feststellung. Ha. Was haben wir denn zu essen? Im Moment nichts. Aber hier muss doch... Ja. In der Richtung muss meine Base liegen. Da kommt der... Ja. Da oben ist es doch. Kaum bin ich da, scheint auch die Sonne. Hallo, ich habe die doch... Eindeutig... Hallo. Ich habe dich doch eindeutig schon getötet. Du brauchst gar nicht mehr weglaufen. So. Jetzt geht's nach Hause. Irgendwo hier. Nehmen wir den Eingang. Einen anderen will ich gerade nicht graben. Äh, halt nicht die Wolle. So, wir haben uns ein bisschen Essen besorgt. Recht gut. Viel Fleisch. Ähm, wir haben... Das Haus eigentlich soweit schon recht gut gebaut. Sechzehn davon. Ja, da kommt einiges zusammen. Und ja, da kommt einiges zusammen. Eier haben wir auch noch ein paar. Wie viele Strings habe ich? Vier. Okay. Kohle haben wir eins. Drei Holz brauchen wir. So, unser Tageszoll ist gleich erfüllt. Ein Bett. Ein Bett, ein Bett. Ein Bett, ein Bett, ein Bett, ein Bett. lecker 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 essen ach so das leder können wir auch noch weg legen 14 leder haben wir das ist natürlich nice wolle haben wir auch da rein so jetzt müssen wir hier schnell noch das eine fleisch rein machen weil ich glaube der ofen würde sonst noch eine neue kohle verbraten und das will ich nicht gut sind schon wieder bei 25 minuten das heißt für jetzt vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal minecraft